Unser Ziel war es, einen wunderschönen Ventilator zu kreieren, der technologisch top ist. Sehr leislich, ein tiefer Stromverbrauch, eine Luftverteilung im ganzen Raum und einen sehr weiten Luftstrom. Das ist ein ganz spezieller Ventilator, weil er eigentlich hoch technologisch ist, aber die ganze Technik ist versteckt in einem Körper. Er ist extrem leislich, er kommt wahnsinnig weit und er dreht in alle Richtungen, ufer, links, rechts und eben beides auch gleichzeitig. Wir haben versucht, durch den Materialwechsel mit Textil- und Kunststoffmetall den möglichst schlicht zu halten. Es hat keinen einzigen Knopf dran, es sind alle Knöpfe, alle Funktionen sind an der Fernbedienung gemacht. Der Saimer ist einfach ein wirklich schönes Gerät, das in jeden Raum passt. Super funktional, überraschende Bewegungen und mega sexy.